Musik Groß ist nicht alles? Stimmt schon. Aber wenn sich 166 Pistenkilometer, romantisch urige Hütten, Sonnenschein und freundliche Menschen treffen, dann ist das, ja genau richtig, Skipass Deluxe und Zillertal Arena. Die neue Wieseneilbahn in Zell am Ziller bringt Sie noch schneller und komfortabler in das grösste Skigebiet des Zillertales und vermindert Wartezeiten bei der Abfahrt. Traumhaft weisse Hänge und bestens präparierte Pisten erwarten Sie im grössten Skigebiet des Zillertals. Zillertal Arena ist Family Arena. Der gelbe Elefant, der Arena-Fant oder Fanti, wie ihn Freunde der Zillertal Arena nennen, steht als Garantie für Freundlichkeit, Spaß und liebevollen Umgang miteinander. Spielend leicht fällt da den Kids das Erlernen von Carving, Schwung, Freeriding und Co. Schließlich wissen die professionellen Skilehrer und Lehrerinnen, wie sie den kleinen und großen Ski- und Bordbegeisterten aus aller Herren Länder eine gemeinsame Sprache schmackhaft machen. Und dann ist womöglich nur mehr die Rede von Nosepress, Switchriding, Kickerjumps, Moves, Grabs und Frontflips. Sonst noch Fragen? Schneesicherheit ist in der Zillertal Arena nicht nur ein Versprechen, sondern Garantie. 166 Pistenkilometer von 1300 Meter bis 2500 Meter Höhe begeistern von Anfang Dezember bis Ostern. Herrliche Hänge und eine weiße Wunderwelt erwarten Sie im größten Skigebiets des Zillertales. Erlieben auch Sie einen unvergesslichen Skitag in der Zillertal Arena. Ach ja, da haben wir was vergessen. Ein Einkehrschwung in einer der 34 Hüten und Schneebars darf natürlich auch nicht fehlen. Viel Spaß und Skiheil in der Zillertal Arena.